Diese 17-Jährige hat ihren Sport in eine neue Dimension geführt. Ski-Freestylerin Lisa Zimmermann. Als erste Frau stand sie einen Double Cork 1260. Einen Sprung mit doppelter Überkopfdrehung und dreieinhalb Schrauben mit den Händen an den Skiern. Ihre Disziplin Slopestyle gehört in Russland erstmals zum Olympischen Programm. In Sochi 2014 gilt sie als eine der größten deutschen Medaillenhoffnungen. Nervös ist sie deshalb aber nicht. Ich habe über Olympia noch nicht so nachgedacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre da jetzt einfach hin, ohne davor irgendwie drüber nachzudenken. Dabei war die Schülerin aus Bad Aiblingen mit 14 noch Eiskunstläuferin, trainierte täglich vier bis fünf Stunden am Olympiastützpunkt München sechsmal die Woche. Im Urlaub entdeckte sie dann ihre Leidenschaft für Skifahren und die ließ sie nicht mehr los. In Sochi hat Lisa Zimmermann nun die ganz große Chance, noch vor ihrem Abitur olympisches Edelmetall zu gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020